Hallo liebe Motec Community! Heute geht es um unser neustes Performance Rad, die MCR3 Hyper Mesh. Das ist mit Abstand unser bisher leichtestes Rad in der aktuellen Motec Kollektion. Es wiegt sage und schreibe 8,4 Kilo und wurde in enger Zusammenarbeit mit unserer Motorsportabteilung gefertigt und genießt dadurch auch große Präsenz auf internationalen Rennstrecken. Wir haben hier einmal die Farbe Steel Grey, wir haben hier einmal die Farbe Schwarz lackiert, dritte Farbe wäre noch Hyper Keramik und so wie ihr sie hier seht ist es 8,5 x 19 da haben wir aktuell noch einzelne Stückzahlen auf Lager, also greift schnell zu solange sie noch vorrätig sind bis dahin bleibt gesund bleibt aktiv euer Motec Team. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020